Wie klappt der Sommerurlaub 2020 in Griechenland nach dem Höhepunkt der Corona-Krise? Das zeige ich dir jetzt in drei Teilen. Darunter ist ein Lagebericht aus Zakynthos mit Dennis Mohr. Wir bekommen neueste Infos aus Kreta mit Sebastian Sackiewicz und am Schluss habe ich noch Flugtipps und Infos zur Einreise. Viel Spaß! Willkommen zum dritten Teil, wo es um Einreise und Flugtipps geht. Wir starten hier auf der Webseite visitgreece.gr. Die gibt es leider nur auf Englisch und auf Griechisch. Es gibt zwar eine deutsche Startseite, aber am Schluss landet man immer bei der griechischen Seite und dort empfehle ich diesen einen Link anzuklicken, wo es um Bridge of Safety geht, Covid-19 Lifting Containment und da klickt man auf Read More. Dann kommt man zu einer Übersicht, wo diverse Dinge erklärt werden und was vor allen Dingen wichtig ist, ist ja das, wo man sich anmelden soll für die Einreise. Dazu gehen wir noch weiter nach unten. Man nennt das hier Passenger Locator Form, Abkürzung ist PLF und der Link ist hier mit dem blauen hier verlinkt. Kommen wir auf die Webseite travel.gov.gr. Alles wird weiterhin auf Englisch erklärt und hier steht noch mal, dass man eine E-Mail bekommt und dass darauf ein QR-Code ist, der sehr wichtig ist und danach wird dann entschieden, ob man dort an dem Test teilnehmen muss oder nicht. Das wird oftmals in der Nacht übermittelt. Das heißt also, man erhält das in der Nacht am Abflugtag teilweise. Das kann passieren. Bevor wir hier auf das grüne Start hier klicken, lohnt sich ein Blick noch weiter nach unten. Ich scrolle noch weiter runter. Da gibt es nämlich eine Urgent Notice und hier steht auf Englisch, as of Tuesday, July 28th. Also ab dem 28. Juli gibt es für Flüge von Bulgarien und Rumänien eine besondere Einschränkung. Nämlich wenn man von dort kommt, muss man einen PCR-Test vorlegen. Also ein Covid-19 Test, der negativ natürlich ist. Positiv heißt man hat es, negativ heißt man hat es nicht. Und der darf auch nicht älter als 72 Stunden sein. Also Obacht, falls man über Bulgarien oder Rumänien einfliegt nach Griechenland, dann ist da die Voraussetzung noch etwas strenger als es für uns aus Deutschland. Klicken wir mal auf das Start hier. Da muss man dann bestätigen, dass man die ganzen Sachen verstanden hat und gelesen hat. Mache ich jetzt einfach mal. Ansonsten versuchen zu verstehen und lesen. Hier kommt man per Aircraft rein und gibt man hier die Flight Number und das alles ein. Also das mache ich jetzt nicht. Aber so kommt man dann hier zu diesem Formular. Am Ende steht dann okay ist abgeschickt worden und man hört dann erst am Abflugtag wieder was. Das wäre es jetzt zur Einreise. Weiter geht es zu den Flügen. Starten wir mit turifly.com. Warum ich diese Webseite ausgewählt habe, das wirst du dann gleich erfahren. Wir gehen zuerst mal zu dem Oberpunkt Buchen und Planen und da gibt es die Unterrubrik Flugplan. Einfach mal draufklicken. Zwei Eingabefelder. Ihr Startflughafen und Zielflughafen. Machen wir es ganz einfach und geben nur bei Zielflughafen Griechenland ein. Reicht schon, wenn du GRI eingibst, dann wird Griechenland vorgeschlagen. Klickst du drauf und siehst, wenn du scrollst, welche Airports dort auch mit den Abkürzungen ausgewählt wurden. Ich drücke jetzt mal auf Flüge finden, ohne Startflughafen einzugeben. Denn dann bekomme ich die größtmögliche Übersicht auf dieser Webseite von Turifly. Wir sehen in der ersten Zeile Berlin Brandenburg nach Heraklion würde sonntags geflogen werden. Das ist der Flugtag mit der Flugnummer X3 4282. Man kann nach diesen Flugnummern auch suchen. Ich weiß jetzt, dass die X3 das Kürzel für Turifly ist. Ich sehe sogar die Flugzeiten Abflug und Ankunft. Und dann geht es weiter mit Basel Heraklion, Basel Kos und so weiter. Köln, Bonn, Heraklion, Köln, Bonn, Kos. Da ist auffällig, dass die Flugnummern sich ändern. Sehr viel Angebot offenbar aufgelistet ist. Fast tägliche Flüge Sonntag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Mittwoch, Mittwoch, Samstag. Aber andere Flugnummern, nicht nur die X3 für Turifly, sondern CAI. Das ist das Kürzel für Corendon. Ja, also das ist eine türkische Fluggesellschaft, die Charterflüge auch innerhalb Europas durchflügt. Die haben auch einen Sitz in den Niederlanden, sodass sie das machen dürfen. Also haben eine EU-Zulassung. Und die fliegen eben auch von Köln, Bonn nach Rodos. Oder dann sehen wir hier bei Düsseldorf-Kofu die Besonderheit, dass Turifly Samstags und Dienstags fliegt. Aber am Montag, Mittwoch und Samstag auch die Condor. Nämlich die hat das Kürzel DE mit den entsprechenden Flugzeiten. Bei Condor immer recht gut. Düsseldorf-Kreta hier mit Eurowings. EW ist auch aufgelistet. Das ist der Vorteil hier bei Turifly, dass ich mehrere Airlines in einem Portal sehe. Es geht auch nach Patras. Das ist auf dem Festland. Dann Heraklion. Natürlich ein sehr, sehr großes Angebot mit Turifly, mit Condor, mit Corindon. Also bunte Palette. Mykonos geht es einmal wöchentlich Mittwochs mit Condor. Santurin mit Condor Mittwochs. Coos haben wir auch dabei. Turifly und Condor. Rodos. Erfurt-Heraklion geht auch mit Corindon. Erfurt-Rodos geht auch mit dieser Fluggesellschaft. Oder von Friedrichshafen nach Heraklion. Karlsruhe, Baden, Heraklion. Alles machbar, Memmingen. Also auch die kleineren Flughäfen wie Münster, Osnabrück sind dadurch dabei. Ab Frankfurt dann Main nach Corfu mit der Condor. Was haben wir noch alles? Patras, Heraklion ab Frankfurt. Da sind also alle Airports in Deutschland, auch Hannover, was Turifly-Standort ja ist, aufgeführt. Und deswegen empfehle ich diese Liste. Natürlich macht es Sinn, dass du deinen Abflughafen in der Nähe auch hier Startflughafen eingibst. Auch da hast du den wunderbaren Vorteil, eine Mehrfachauswahl zu nehmen. Wenn du jetzt zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen kommst, dann würdest du vielleicht Münster eingeben, Düsseldorf und Köln-Bonn und schickst es dann ab. Und dann hast du die Übersicht für deine Region. Deswegen finde ich diese Liste von Turifly besonders empfehlenswert. Vielleicht kanntest du das nicht, hast jetzt einen Vorteil, musst nicht lange suchen. Und ich konnte dir jetzt ein bisschen Zeit abkürzen. Wir gehen aber noch weiter zu anderen Airlines. Warum macht es jetzt Sinn, sich eine einzelne Fluggesellschaft wie Condor anzuschauen? Das zeige ich dir jetzt sofort. Gehen wir mal auf condor.com und dort den Auswahlpunkt Entdecken. Und dann gibt es hier Top-Kurzstreckenziele, alle Flugziele im Überblick. Das müssen wir mal anklicken, damit wir zu einer Liste kommen. Flüge in die Welt. Und da gibt es den Punkt Griechenland. Wenn wir jetzt hier sind, dann sehen wir hier oben auch das sogenannte Breadcrumb. Ja, da sieht man also den Verlauf, wie wir geklickt haben. Auf der Startseite waren wir dann auf Entdecken, dann auf Flüge und den Unterpunkt Griechenland. Dort sehen wir dann nach ein paar Textinformationen eine Liste von Reisen und Strecken. Und zwar fliegt die Condor von Düsseldorf nach Kalamata Ende Juli oder Hannover Heraklion oder München Skiathos oder Frankfurt Main nach Samos. Eine ganze Menge. Wir können sogar auf mehr anzeigen und sehen dann noch viel mehr. Der Sinn, das so rumzumachen ist, dass wir hier gleich Abpreise bekommen. Du kannst also gleich nach deinem Urlaubsbudget sehen, was besonders attraktiv ist, wie jetzt hier Frankfurt, Samos oder München Coos. Oder was dann vielleicht gar nicht mehr reinpasst, wie München-Santorin. Das sieht jetzt hier doch recht teuer aus bei 2,79 Euro. Und hier unter 100 Euro ist man auch bei Düsseldorf-Corfu. Wenn man da draufklickt, geht es dann weiter zu der Zeitleiste, wo dann noch die unterschiedlichen Tage auszuwählen sind, dass man noch zwischen Economy und Business wählen kann. Leittarif oder einen anderen Tarif mit Koffer. Und so wählt man sich seinen passenden Flug auf der Webseite von Condor aus. Ich sehe hier auf der Webseite von Condor ganz klar zwei Vorteile der Herangehensweise. Denn ich habe eine Preisliste, die sehr lang ist, sehr bunt und übersichtlich mit verschiedensten Streckenführungen. Aber eben auch sofort die Übersicht, was passt in mein Budget und was nicht. Wie sieht das jetzt bei Lufthansa aus? Gehen wir zu Lufthansa.com. Da gibt es oben das Menü und den Unterpunkt von Buchen und Managen, der da heißt Flüge. Da gibt es eine Übersicht mit Liste, Kacheln oder eine Karte. Kann ich mir da auswählen. Ich kann da Ziele anklicken, abwählen. Ich kann das Budget eingeben. Was ich mache, ist, dass ich runterscrolle. Denn da sind noch so weitere Listen, nämlich hier Flugziele in Europa und ich klicke auf Flug Griechenland. Auch hier wieder die Kachel mit Abpreisen. Recht gut. Und ich sehe hier weitere Flugangebote ab Deutschland. Und das finde ich eigentlich ganz gut in der Übersicht. Was mir auf Webseiten von Fluggesellschaften schon öfters mal negativ aufgefallen ist, ist folgende Tatsache, dass man nicht so einfach die nur Non-Stop-Flüge dieser einzelnen Fluggesellschaft rausfindet. Denn die haben manchmal Co-Sharing-Partner. In dem Fall von Lufthansa ist das again auf diesen Strecken nach Griechenland. Ich weiß also, dass man schon die ganze Zeit auch zu Corona-Zeiten von Frankfurt und München nach Athen fliegen konnte. Thessaloniki ist dabei. Aber manchmal denkt man es, wer Lufthansa, aber es ist der Co-Share-Partner. Und ja, wie macht man das dann? Also es gibt weitere Möglichkeiten, die wir uns jetzt hier anschauen. Machen wir folgendes und gehen zu meiner Partner-Webseite bei Kiwi. Also Fluggesellschaft.kiwi.com geben ein als Abflugland Deutschland. Man kann das ganze Land eingeben und auch als Zielland, in dem Fall Griechenland. Abflug kann man auch im ganzen Monat eingeben, zum Beispiel den August 2020 und Rückreise 12 bis 16 Nächte zum Beispiel. Daten festlegen, abschicken. Dann gibt es schon ein Ergebnis mit Karte und Liste hier. Wir sehen Italien, Athen, Heraklion, Heraklion, Santorini, Thessaloniki, Rhodos. Und jetzt würde ich bei Transportmittel habe ich schon ausgewählt, nur Flug eingeben. Und bei den Zwischenlandungen Non-Stop. Also es ist auch schon eingetippt. Wahrscheinlich hat er sich eine vorherige Suche gespeichert. Und jetzt kann ich aber an der Stelle hier noch nicht eine bestimmte Airline aussuchen. Dazu muss ich einen Schritt weiter gehen, nämlich mich für ein Ziel entscheiden. Ich merke mir das Ganze. Seht übrigens auch schon, dass es hier von Dortmund zum Beispiel losgeht. Ich vermute dahinter Wizz Air. Ich klicke jetzt Griechenland weg, merke mir aber die Ziele. Athen, Santorini, Thessaloniki, Rhodos. Bis zu vier Ziele kann man hier eingeben. Machen wir es nochmal. Athen, Flughafen, A-T-H. Dann gebe ich ein Rhodos. Dann gebe ich ein, machen wir mal Heraklion. Ich weiß zum Glück die drei Later-Code. Und als letztes nochmal Thessaloniki. Weiß ich gerade nicht. Ich weiß das wohl, aber so einfach ist der rauszufinden. SKG für Thessaloniki. So, jetzt haben wir schon eine Liste. Ich drücke trotzdem nochmal auf Suchen. Und da erscheinen die Airlines. Und hier gefällt mir jetzt nicht, dass ich Whiz Air sehe. Denn ich will ja eigentlich nur die Lufthansa-Flüge sehen. So, dann gehe ich zu Transportunternehmen. Sehe dort alle Airlines. Muss nochmal alle Transportunternehmen anzeigen lassen. Lufthansa mit L ist recht weit unten. So, hier für das Scrollen. So, Lufthansa. Ich sage jetzt hier nur Lufthansa dahinter. Klicke da drauf und muss wieder hochscrollen, weil die Liste jetzt kürzer geworden ist. Und da sehe ich tatsächlich, Lufthansa fliegt von Frankfurt nach Athen, Frankfurt-Athen und München-Athen. Jetzt sehen wir hier nur Frankfurt und München-Athen, weil das ein günstiger Flug ist und alle anderen Thessaloniki und so später kommen. Das merke ich mir jetzt hier Frankfurt und Athen geht. Ich muss also zum Zielflughafen nochmal nach vorne mit der Maus und streiche dann Athen weg. Und drücke nochmal auf Suche. Und dann sehe ich sofort, dass auch noch Flüge von München nach Ordos möglich sind. Mit Lufthansa, München-Heraklion sehen wir hier. Und München-Thessaloniki. Also, da ist doch ganz schnell eine Übersicht, auch wann man fliegt. Ja, Samstags und Sonntags nach Heraklion nonstop. Und so bekommst du die Übersicht nur für Lufthansa-Flüge in ein Land, wenn man dort vier verschiedene, maximal vier Zielflughäfen eingibt. Ein bisschen sortieren muss man das ganze Land zu sehen. Könnte ich dir jetzt keine Lösung bieten, aber dieser Lösung ist schon sehr, sehr nah dran. Schauen wir uns die weiteren Airlines an, wie zum Beispiel Eurowings. Das finden wir unter Buchen, Angebote, Flüge nach Griechenland. Hier habe ich festgestellt, dass Eurowings Flüge im Juli vorher nach Düsseldorf und Karnia angeboten hat. Die sind jetzt nicht mehr drin. Es sind nur Flüge mit Umsteigen in München zu sehen. Später im Flugplan tauchen diese Nonstop-Flüge aber wieder auf. Also, das heißt, da ist eine ganze Menge an Bewegungen drin. Kann sich ständig was ändern. Was mir bei Eurowings ebenfalls aufgefallen ist. Es kann sein, dass Handgepäck rausgenommen wird. Also, wenn es zu voll im Fluggastraum wird, dann können Handgepäckstücke auch im Frachtraum transportiert werden. Finde ich ein bisschen schwierig, wenn man iPad oder Laptops dabei hat oder mein Kamera-Equipment. Ja, da sollte man sich vorher nochmal mit den Handgepäckbestimmungen bei Eurowings beschäftigen. Zur Übersicht ganz schnell, welche Flughäfen drin sind. Wir sehen dort Athen, Karnia, Kreta, Hieraklion, Kreta. Also dort zwei Flughäfen, Mykonos und so weiter. Es sind wirklich alle wichtigen Flughäfen Griechenlands dabei. Wo wir gerade bei Billigfliegern sind, verweise ich nochmal auf den ersten Teil meiner Miniserie. Dort hatte ich ja mit Dennis vom Tauchcenter Nero auf Zakynthos gesprochen. Und der hatte den Tipp für Urlauber vor allen Dingen aus Sachsen, Thüringen oder Bayern, die es nicht weit bis nach Prag haben. Denn von dort aus kann man mit der tschechischen Smartwings zum Beispiel nach Zakynthos fliegen. Unter den Billigfliegern ist Ryanair ganz vorne dabei, deswegen muss man da auch drauf gucken. Hier ist verwunderlich, dass die unterscheiden in Griechenland, Festland und griechische Inseln. Also das sind für die zwei Zielgebiete, wird auf dem Anhieb nicht ganz so klar. Trotzdem findet man auch, ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Flug von Wezel nach Harnia, aber den finde ich hier in dieser Liste gar nicht. Da wäre also wieder der Tipp zur Fluggesellschaft.kiwi.com. Die Vorgehensweise, die ich vorhin schon mal mit der Lufthansa gezeigt habe, würde man dann hier auch noch mal anwenden. Das gleiche gilt für EasyJet. Auch die sind sparsam mit Informationen. Wir sehen eigentlich hier nur die Auswahl von Wähle eine Stadt und man kann dann Abflughafen, das Pulldown wählen, wenn man Griechenland ausgewählt hat. Und da sehen wir als Ziele, Athen, Kalamata, Kephalonia, Korfu, Kost, Greta, wieder die beiden Airports. Aber von wo oder wann das dahin geht, sehen wir nicht. Also da nochmal fluggesellschaft.kiwi.com als deine Quelle. Nimm meine Anleitung und du findest dann raus, wann und wie EasyJet unterwegs ist. So, das war der dritte Teil meiner Miniserie mit den Flugtipps und Einreiseinformationen. Ich hoffe, du hast eine ganze Menge für dich dabei herausgezogen. Ich verweise nochmal auf Teil 1 und 2 mit den Interviews mit den Experten aus Sakintos und Greta. Wenn du auch an so einen leeren Strand nach Griechenland reisen möchtest, dann hoffe ich, dass du die kompakten Infos bekommen hast. Nochmal, ich bin jemand, der sagt, wenn du unsicher bist, dann bleib dieses Jahr zu Hause. Reise erst nächstes Jahr. Die zweite Welle darf es auf keinen Fall geben. Es muss alles getan werden, dass wir diesen Virus eindämmen. Abstand ist zu halten. Die Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. Aber dann kann es auch mit der Reise klappen, wie es bei vielen bisher funktioniert hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Buchen. Wenn du eine Frage hast, dann melde dich und hoffentlich gute Erholung an einem leeren Strand.